Der Waltels Corona-Videotagebuch heute, der steirische Frühjahrsputz. Der landesweite Frühjahrsputz ist zwar heuer abgesagt, aber man kann ja selber was tun. Nur 10 Minuten von unserem Haus entfernt ist die Pösnitz. Dort möchten wir hin. Und das soll sich ändern. Was haben wir uns schon alles angefunden? Erdenseg, Schuhsäulen, Handschuhe, einen Tennisball habe ich gerade gefunden. Den holen wir uns auch nach. Aber das war noch lange nicht alles. Da wird es noch mehr und nach nicht einmal 20 Minuten ist der Sack voll. Was sollen Sie tun? Weniger Plastik benutzen und nicht wegschmeißen. Ging so einfach. Man sollte es wohl nur tun. Ging so einfach. So jetzt ganz lu leaveier mir noch 1500 Kilogram. Und wenn du dann sicher bist du jetzt schon noch mit dem nächsten Mal. Vielen Dank.